Mein Name ist Jennifer Kirschbaum, ich arbeite hier in Solingen im House of Life. Das ist eine Pflegeeinrichtung für pflegebedürftige Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren. Es ist gut, dass die hier unter sich sind, nicht zum Beispiel zusammenleben müssen mit demenzkranken oder schwerstkranken alten Menschen. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern, die ein Megalos haben, viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 621.000 Euro fallen auf die 8122, 10.000 Euro auf die 65762, 100.000 Euro auf die 211 162 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 8563 567. Übrigens, ein Los der Fernsehlotterie ist auch eine schöne Geschenkidee. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und salv